Mein Name ist Capri Naldweg, ich bin eine emeritierte Professorin der Uni Bern und ich war Leiterin des Rosina-Projekts auf der Rosetta-Sonde. Und eines der schönsten Erlebnisse, die ich gehabt habe, war am Ende der Mission. 2016 beschloss man, dass man die Sonde auf dem Komete nicht mehr sehr viel Triebstoff hatte. Man konnte es noch durchsäuchen, aber man musste wieder vier Jahre warten, weil es zu wenig Energie hatte. Und darum haben wir am 30. September die Sonde gegen die Komete gesteuert und abgestürzen lassen. Und kurz nachher, ein paar Tage nachher, habe ich eine E-Mail von einem Vater bekommen, der gesagt hat, man will etwas bringen. Sein Sohn hat mit seinem Sohn die ganze Rosetta-Mission miterlebt, immer wieder gehört und geschaut, was er so geht. Und nach dem Absturz am 30. September ist er in seinem Zimmer verschwunden und der Zeit nicht mehr rausgekommen. Und als er rausgekommen ist, hat er dann die Sonde mitgebracht. Eine Rosetta-Sonde. Und er hat gesagt, weisst du, Papi, die ist nicht für dich und die ist auch nicht für mich, die ist für Frau Altweg. Weil Frau Altweg hat ihre Rosetta verloren und jetzt ist sie sicher ganz traurig. Und darum will er eine neue Sonde schenken. Das war so etwas Schönes, dass ein Kind das miterlebt, kann mitfühlen, mitfiebern und am Schluss noch an die Forscherin dahinter denken. Musik 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 Musik